Augsburg kennst du? Haben die mal Bundesliga gespielt? Die sind Erste Liga, jetzt gerade. Ach sind das, dass ich die nicht immer beleidige? Ach, Augsburg, stimmt. Ey, HSV hat gerade die höchsten Zuschauerzahlen im Stadion gefühlt aller Zeiten. Ich glaube mehr als sie damals Champions League gespielt haben, weil HSV ist so spannend. Die sind immer wieder im Aufstiegskampf, sicher aufgestiegen, Platzsturm war schon, dann in der 94. Minute doch nicht und es ist immer spannend. Relegationsspiele, Erster, Zweiter, Dritter, dann Vierter, zurück auf den Dritten, wieder Relegationsspiel, wieder verkackt. Es ist übertrieben spannend. Schaffen sie denn den Aufstieg in die Erste Liga? Die Antwort ist immer nein, aber es ist immer spannend. Und Augsburg ist immer Siebter bis Zehnter in der Ersten Liga. Und das ist so lame. Oh, wir gewinnen jedes, wir gewinnen 50 Prozent und wir verlieren 50 Prozent. Wir schaffen es weder in den Europapokal, noch steigen wir ab. Wir sind immer in der Mitte. Kommt nichts zu uns ins Stadion, es bringt nichts, weil wir sind immer in der Mitte. Es ist egal, ob wir heute gewinnen oder verlieren, wir sind am Ende, sind wir eh in der Mitte. Wir kriegen keinen Erfolg hin, aber wir steigen auch nicht ab. Es ist auch nicht knapp, dass wir absteigen. Wir müssen uns auch keine Sorgen machen. Wir müssen uns keine Sorgen machen und keine Hoffnung machen. Wir sind Augsburg.